Ja, ich werde das hier übrigens nur zusammenschneiden, falls ihr es nicht wissen solltet. Das heißt, ich werde alles in eins aufnehmen. Ja, 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 komm, komm, komm. Und los! Äh. So. Safe Set, Safe Set, Safe Set. Und damit es hier nämlich nicht wieder in der Luft starten muss. Und alle. Hopp. Nein. Jetzt aber! Jetzt? Äh. Äh. Ähm. Komm schon. Komm, 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 komm. Äh. 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 Und zwar muss man sich so durchglitschen. Ah ja, das ist doch schön. Ich glaube, ich war noch nie so weit in diesem Hack. Doch, ich fahre schon mal so weit. Ach man, da hat es doch auch und da hat es nichts und da auch nichts. Und jetzt habe ich aber nie. Und jetzt. Nein. So weit war ich nämlich mal. Hier weiß ich nämlich absolut nicht weiter. Denn ich bin auch zu schlecht für sowas. Tudu. No, no, no. Oh Leute, Leute, ich fahre dort. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie so weit in diesem Hack. Wirklich noch nie. Ich habe es bis jetzt über dieser einen Stelle noch nie, noch nie geschafft. Oh, Erfolgserlebnis. So, hier heißt es sicherlich. Nehme den 1P-Switch mit. Renne durch. Lass ihn irgendwo fallen. Und. Lauf. 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 Los. Los. Ja. Hahaha. So, runter. Juch. Und dann. Und dann. Und, oh. Ich habe das 1P-Level durch. Oh. 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 Leute, ich habe das erste Level geschafft. Ich habe es gemeistert. Ist das Balsam. Das ist doch echt Balsam. Gubbel, gubbel. Ich glaube, ich habe es hier schon irgendwie verkackt, kann das sein? Ich glaube, ich habe es hier verbeutelt. Und ich habe natürlich keine Sicherheit gezogen. Ich habe es absolut verbeutelt. Nein. Nein. Gups. Nein. Nein. Und? Komm schon, komm schon. Nein. Hätte ich das jetzt nicht einfach so mal nehmen können und so rein, bitte? Also. so safe state hier ja weißt du schön war noch mal und noch mal für die dinge dass die lektion habe ich gelernt so das war es jetzt mit diesen hack es hat mir gedacht einfach nur das erste level kommen wir zum zweitschwersten hack marius messeristik mission so man könnte jetzt einfach hier hin glaube ich kann man machen ich mache allerdings zuerst dieses level so und ja dieses level hat es übrigens auch schon in sich so cool so So, das habe ich ehrlich gesagt ganz schwer gehofft und da ist jetzt keiner mehr und zack und ups 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 la 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 na komm schon komm schon das war doch noch nie so schwer oder? tu ich mich jetzt hier tu ich mich jetzt hier schwerer als es überhaupt ist oder wie was wo wann warum oder hat man da die Lücke vergrößert? Nein, man kann da stehen und weil es so schön ist vielleicht erstmal mal r 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